Musik Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erreni, medialer Energetiker und Astrologe. Und wieder mal komme ich aus der Natur hier zu dir auf deinen YouTube Channel. Der Grund, warum ich heute draußen bin, passt ein bisschen zum Thema, das wir uns da anschauen. Nämlich das sogenannte Cave-Syndrom. Vielleicht hast du das schon gehört. Das ist so ein Thema, wenn Menschen Schwierigkeiten haben, aus der eigenen inneren Höhle oder auch äußeren Höhle wieder herauszukommen. Also der Cave. Das hat sich natürlich in diesen Pandemiezeiten und Social Distancing-Zeiten verstärkt, bei ganz vielen. Also viele haben das Gefühl, okay, ich fühle mich unwohl unter Menschenmassen, ich komme mit Menschen nicht mehr so gut klar. Und waren natürlich auch gezwungen, wir alle waren gezwungen während dieser ewigen Lockdown-Geschichten, natürlich unsere Lustgewinnung, die wir normalerweise aus Kontakt mit anderen haben, das heißt die Freude, dass wir mal gefordert sind, aus anderen Quellen zu beziehen. Netflix schauen zum Beispiel. Oder YouTube schauen. Und da haben wir als Anpassungsreaktion so ein bisschen verlernt, wieder mit anderen in Kontakt zu kommen. Das ist allerdings kein Grund zur Sorge. Denn im Prinzip ist es wie gesagt nur eine Anpassungsreaktion. Und man kann das auch wieder lernen, wieder in Kontakt mit anderen zu kommen. Energetisch ist es natürlich immer spannend und auch immer fordernd, mit anderen Energiefeldern sich zu vermischen, sage ich mal. Weil jedes Feld natürlich immer so gewisse Anpassungsanforderungen stellt. Das heißt, man muss man angespannter sein, als man vielleicht in einem Grundzustand ist. Manchmal muss man ein bisschen runtergehen mit seinem Energiefeld. Man passt sich also die ganze Zeit an. Und das ist dann auch schon mal ganz schön anstrengend, gerade bei so Menschenmassen, Menschengruppen. Und viele Klienten, die so zu mir kommen, sind dann auch überfordert und sagen, ich mag Menschen gar nicht mehr. Ich bin lieber daheim. Ich möchte meinen Frieden haben. An dich und auch an alle anderen, die ein Thema damit haben, gilt mein Ratschlag, gewöhn dich wieder an andere Menschen. Denn letzten Endes ist es unser soziales Zusammensein und auch das mit anderen Sein, das uns wachsen lässt. Denn nirgends bekommen wir so viel Input, vielleicht nicht immer angenehmer, also nirgends bekommen wir so viel Input wie im Kontakt mit anderen Menschen. Wir lernen dadurch, wir wachsen dadurch, wir werden dadurch inspiriert. Und deshalb ist es auch wichtig, immer wieder diesen Kontakt zu suchen und sich langsam anzugewöhnen, wieder mehr unter Menschen zu gehen. Man muss ja jetzt nicht in alle Menschenmassen hineinhüpfen, aber es täte auf jeden Fall gut, sich so kleinweise wieder heranzutasten und auch das soziale Leben wieder zu kultivieren. Wie gesagt, wir haben gelernt und das ist ja immer ins Unterbewusstsein reingegangen. Der andere ist eine Gefahr oder ich bin eine Gefahr für den anderen und das ist eben ein bisschen eine ungesunde Dynamik, wenn man das dauerhaft lebt und erlebt. Deshalb runter von der Couch und wieder mal soziale Kontakte pflegen. Vielleicht gehst du mal in einen Workshop, vielleicht öfter mal ins Caféhaus. Es ist ja nichts gegen einen Fernsehabend auf der Couch einzuwenden, aber einfach auch das Soziale nicht übersehen. So aus der eigenen Höhle wieder rauszukommen. Und das kann am Anfang eine Schwelle sein, weil wir es eben gewohnt waren, niemanden so richtig zu treffen, nicht in Kontakt zu sein. Bei diesen ganzen Zoom-Calls, diesen Online-Geschichten, haben wir ja verlernt, den anderen energetisch wahrzunehmen und zu spüren. Und deshalb kann das auch zuerst einmal überfordernd wirken oder sehr anstrengend wirken. Aber ich lade dich dazu ein, fordere dich heraus, finde so das Mittelmaß, wie es für dich passt. Und natürlich, hab auch wieder deine Rückzugszeiten, hab wieder die Zeiten, wo du mit dir alleine gemeinsam bist, wo du dich selber wieder spüren kannst, dass du spüren kannst, was ist denn jetzt meins, was sind meine Gefühle, was sind meine Gedanken, was sind meine Perspektiven, meine eigenen Ziele. Auch das ist wichtig, Meditation. Und da solltest du eine Balance finden. Also du kannst nicht sagen, nur das eine ist gut oder das andere ist schlecht. Ja, Menschenmassen sind herausfordernd, aber genauso schwierig ist es, wenn du immer dünnhäutiger wirst durch Isolation. Das kannst du dir so vorstellen, um wieder auf das Höhlenbeispiel zurückzukommen. Wenn du die ganze Zeit in der Höhle sitzt und die Sonne nicht gewohnt bist und du gehst dann das erste Mal in die Sonne rein, dann hast du wahrscheinlich schneller einen Sonnenbrand als jemand anderer. Und genauso ist das aus meiner Sicht auch im Energetischen. Darum knüpfe wieder Kontakte. Als Bonustipp würde ich dir wirklich empfehlen, Kontakte über Facebook oder soziale Medien sind keine echten Kontakte. Das sind Nachrichten, das sind Berichte, aber das hat nichts mit der Realität zu tun und nichts mit anderen Menschen zu tun. Wenn du jetzt ein Foto, ein Video von mir siehst, dann siehst du einen kleinen Teil und kannst sagen, okay, der Erne ist da gestanden und hat über das gesprochen. Aber die andere Person, was ich bin, wie ich fühle, bleibt da natürlich verborgen. Du siehst immer nur ein Abbild und gib dich nicht mit Abbildern zufrieden. Das heißt, triff die Leute, komm ins Gespräch mit Leuten und lerne dich auch in Gesellschaften wieder wohlzufühlen. Denn letzten Endes wird es dein Nachbar sein und deine Leute im Umfeld, die dir wirklich helfen können, sollte es mal zu einer Krise kommen. Ja, das war es schon für diesen Podcast. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich freue mich aufs nächste Mal. Dein Oliver Erredy, Medialer Energetiker. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020